Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Korrupte Eliten im Libanon könnten durch den EU-Deal gestärkt werden. EU-Libanon-Abkommen – Möglichkeit der Stärkung korrupter Eliten nicht auszuschließen. Die Europäische Union hat vor kurzem ein Abkommen mit dem Libanon abgeschlossen, das darauf abzielt, die Stabilität des Landes zu verbessern und der anhaltenden Wirtschaftskrise entgegenzuwirken. Es wurden jedoch Bedenken geäußert, dass dieses Abkommen letztendlich die korrupten Eliten im Libanon stärken könnte. In einer kritischen Einschätzung betonten mehrere Experten, dass das Abkommen das Risiko birgt, die bestehende politische Machtstruktur zu zementieren, anstatt sie zu ändern. Zu den prominenten Kritikern des Abkommens gehört die Beirut-basierte Nichtregierungsorganisation Legal Agenda, die darauf hinwies, dass die EU durch die Einigung mit korrupten Eliten in Gefahr sei, ihre Werte zu kompromittieren. Die EU hat immer behauptet, dass sie sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einsetzt. Aber dieser Deal könnte genau das Gegenteil bewirken, warnte Nizar Sagie, der leitende Direktor der Organisation. Die Sorge um den EU-Libanon-Deal basiert auf dem strukturellen Problem der korrupten politischen Eliten im Libanon. Laut Transparency International belegt der Libanon Platz 137 von 180 in der Rangliste der korruptesten Länder weltweit. Die EU-Beihilfe könnte also in den falschen Händen landen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Überwachung der Hilfsgelder durch die EU. Laut einem Bericht der Guardian-Journalistin Bethan McKernan könnten EU-Hilfen unabsichtlich zur Finanzierung von korrupten Praktiken im Libanon beitragen. Die EU hat jedoch versichert, dass sie die Situation sorgfältig im Auge behalten und Maßnahmen ergreifen wird, um sicherzustellen, dass die Hilfsgelder richtig verwendet werden. Ein EU-Vertreter erklärte, wir werden eng mit unseren libanesischen Partnern zusammenarbeiten und strenge Kontrollmechanismen einführen, um die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu überprüfen. Trotz der Bedenken hat das Abkommen auch Befürworter. Sie argumentieren, dass die Soforthilfe ein wichtiger erster Schritt ist, um die Wirtschaftskrise im Libanon zu bekämpfen und die nationale Stabilität wiederherzustellen. Die Endgültigen-Auswerkingen des Deals blieben Sie doch abzuwarten. Quellen, 1. EU-Lebanon Deal Could Strengthen Corrupt Elites, NGO Legal Agenda Warns. The Daily Star, April 15th, 2024. Corruption Perceptions Index, 2024. Transparency International, January 24th, 2024. 3. EU-Aid to Lebanon Could Be Funding Corruption Warns The Guardian, The Guardian, April 14th, 2024. 4. EU Assures Strict Control Over Lebanon Aid, European Commission Press Release, April 12th, 2024. Anita Fack, Donnerstag, TEP Mai, 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020